Hallo meine Lieben, ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und macht euch gefasst, es gibt einen super tollen Rabattcode für meinen Shop. Ganze 24% Rabatt gibt es nämlich. Seid also gespannt. Gespannt dürft ihr auch sein, denn ich gehe noch einmal das Polygel von Born Pretty durch, welches Soak-Off fähig sein soll. Ich habe es bis heute nicht geschafft, das Fazit zu Ende zu bringen, geschweige denn das zu testen. Ich habe jetzt hier einmal Tipps in der Press-On-Methode angebracht und zwar mit dem 10-in-1-Gluegel von Born Pretty. Darauf gehe ich dann näher ein. Ich habe nämlich eine neue Technik ausprobiert und ja, das gibt es dann in einem folgenden Video von mir. Wer also neugierig ist, kann mir sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr nämlich keines meiner weiteren Videos. So schaut das Ganze einmal aus. Wer möchte, hat jetzt die Möglichkeit, die Tipp-Übergänge, insofern ihr denn welche habt und keine speziellen Tipps nutzt, die eben keinen Übergang haben, könnt ihr dann einen Fräser nutzen und den Übergang ganz einfach wegfräsen. Wer dazu zu faul ist, der kann auch gerne das No-Lines aus meinem Shop ausprobieren. Das kaschiert nämlich Mini-Liftings und Pfeillinien und es verbindet auch den Übergang zwischen Tipp und Naturnagel. Wer außerdem zu faul ist, anzumattieren, der kann den Sticky Ultra Born Primer auf den unammattierten Tipp auftragen und das bewirkt nämlich, dass folgende Produkte an dem Tipp trotzdem haften bleiben. Das Haftgel von Born Pretty, das Super Base Gel, das neue, das habe ich auch schon ausprobiert. Von der Haftung her ist es super, es hat eine etwas dickviskosere Konsistenz. Dazu gibt es aber natürlich auch noch ein weiteres Fazit. Jetzt kommen wir einmal zu berühmt-berüchtigtem Soak-Off Polygel von Born Pretty. Zur Verarbeitung kann ich sagen, es lässt sich sehr gut verarbeiten. Die Konsistenz ist vielleicht etwas dicker, als es man vielleicht gewohnt ist. Zum Beispiel im Vergleich, das Polygel oder Acrylicgel aus meinem Shop ist etwas weicher. Da benötigt man nicht ganz so viel Cleaner zum Verarbeiten, bei dem von Born Pretty schon etwas mehr Cleaner, damit es nicht kleben bleibt. Nichtsdestotrotz finde ich die Verarbeitung wirklich super. Ich persönlich komme damit sehr gut zurecht. Es härtet auch wirklich sehr gut aus, es härtet schnell aus und es ist auch pinchbar. Das heißt, ihr könnt es zusammendrücken. Falls ihr jetzt nicht wisst, was Pinschen bedeutet, schaut da gerne mal in meine weiteren Videos rein. Außerdem ist es für alle Modellagetechniken geeignet. Das heißt, ihr könnt eine Naturnagelverstärkung machen, über Schablone verlängern, Press-ons arbeiten, mit Dual-Förmchen arbeiten. Also ich habe alles schon ausprobiert und die Haftung ist wirklich gut, beziehungsweise zwecks Haftung solltet ihr schon ein Haftmittel verwenden, einen Primer oder auch ein Haftgel. Befeilen lässt es sich auch mega gut. Also es ist nicht irgendwie sehr stark zu befeilen. Es lässt sich einfach befeilen und wenn ihr sowieso mit Polygel ordentlich arbeitet, habt ihr sowieso viel, viel weniger Feilarbeit, als es eventuell bei klassischen Gelen der Fall ist. An dieser Stelle möchte ich gerne von euch wissen, das Design habe ich ja jetzt nicht ganz so genau gezeigt. Ich wollte dazu ein extra Nail-Art-Video machen. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, schreibt mir das an dieser Stelle gerne mal in die Kommentare. Dann drehe ich dazu gerne ein Video für euch ab. Jetzt kommen wir aber zur Soak-Off-Fähigkeit. Dazu habe ich meinen Daumennagel einmal mit dem Polygel bestückt. Zunächst habe ich als Haftprodukt den Primer aufgetragen. Dann habe ich eben diesen Glitzerton verwendet, den ich wunderschön finde. Das Polygel gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, auch hier bei der Naturnagelverstärkung ließ es sich super gut verarbeiten, auch mit meiner schwachen Hand. Ich arbeite jetzt hier gerade mit links. Ich bin Rechtshänderin und auch das hat wirklich gut geklappt. Zur Soak-Off-Fähigkeit. Wie bei Soak-Off üblich, mattiere ich den Nagel erstmal an. Ihr müsst also die Schicht erstmal aufbrechen, damit das Soak-Off-Produkt, welches ihr verwenden müsst, eindringen kann. Bei dem Polygel hier von Bon Pretty ist es jetzt so, dass ihr kein Aceton verwenden könnt. Damit lässt es sich nicht ablösen. Habe ich schon ausprobiert. Hat absolut gar nicht funktioniert. Deshalb habe ich mir hier diesen Spezial-Gel-Ablöser bei Amazon von Bon Pretty bestellt. Ihr bekommt das Produkt aber auch direkt auf der Webseite. Es hat so eine gelige, jellyartige Konsistenz und das gebt ihr dann eben oben drüber. Achtet aber darauf, dass ihr nur eine relativ dünne Schicht habt, weil sonst müsst ihr den Prozess einfach viel zu oft wiederholen. Allerdings Soak-Off bedeutet auch nicht, dass ihr einen kompletten Nagel, eine komplette Modellage, die vielleicht auch noch zwei Zentimeter lang ist, ablösen könnt. Man sollte immer dabei beachten, Soak-Off ist eigentlich eher sowas für Gel-Lack-Modellagen, dünnere Modellagen und da klappt das dann auch wirklich gut. Das sieht jetzt hier so ein bisschen gefährlich aus, aber ist es gar nicht. Mein Naturnagel wurde nicht beschädigt. Ich habe den Prozess dann auch nochmal wiederholt, weil noch eine dünne Schicht drauf war. Und dann habe ich einfach ein klares Gel mal drüber gegeben, um euch zu zeigen, dass der Naturnagel nicht beschädigt wurde und kerngesund ist. Meine Lieben, mein Fazit zu dem Produkt ist, es lässt sich ablösen. Ich persönlich finde es allerdings etwas unsinnig bei Polygel. Es sei denn, ihr macht halt nur so kurze Modellagen oder Naturnagelverstärkungen. Und es ist eben gewünscht, dass ihr das Produkt vielleicht ablöst, immer mal wieder, wenn ihr eben eine Neuanlage arbeiten möchtet. Dazu ist es vielleicht ganz praktisch. Schreibt ihr mir jetzt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Soak-Off-Polygel sagt. Habt ihr es vielleicht selbst schon ausprobiert? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Meine Lieben, wir sind am Ende des Videos angekommen und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch wundervolle Feiertage. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.